Und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir beide überlegt, warum wir uns trennen wollen. Und wir haben also mal ganz ehrlich und intensiv überlegt, was uns beim anderen wirklich am allermeisten stört. Und dann sind wir beide im Grunde fast gleichzeitig darauf gekommen, es sind die Kinder.